Wir versuchen ein anderes Bild von einem Mann darzustellen und diese Männer Hiro nennen oder Hiroos nennen. Und deswegen haben wir diesen Namen genommen, weil es sind junge Leute, die etwas verändern wollen, die für Gleichberechtigung sich einsetzen, die versuchen diese Werte in ihren Alltag zu integrieren. Und die diskutieren darüber laut, die stellen vieles in Frage. Daher verdienen sie auch diesen Namen. So möchte das Projekt gesehen werden. Also wir sagen nicht, dass wir ein Integrationsprojekt sind. Wir sagen nicht, dass wir mit muslimischen Jugendlichen arbeiten. Das ist nicht unser Ziel. Wir sagen patriarchale Strukturen. Das ist nicht unbedingt muslimisch. Wir haben in Italien, wir haben auch in Deutschland patriarchale Strukturen. Wir haben überall auf der Welt die Intensität ist anders. Das Ausleben dieser Strukturen oder das Bewegen, also sich bewegen in solchen Strukturen ist anders. Von daher vermeiden wir diese Stigmatisierung oder Kulturalisierung, was auch genannt wird. Aber von einigen Leuten wird das Projekt doch so gesehen, weil das ist einfach. Das ist einfach. Aha, das sind die Muslime. Aha, das sind die Araber. Das sind die Türken. Aber so ist es nicht. Und all diese Leute mit ihren Hintergründen, Geschichten und Migrationsgeschichten, die gehören zu unserer Gesellschaft. Wir arbeiten, mit Leuten, die zu unserer Gesellschaft gehören. Wenn wir uns mit unseren Jugendlichen dem Ziel nähern, dann können diese Jugendlichen nicht nur in Deutschland sich integrieren. Das sind dann weltoffene Menschen. Die können von mir aus auch in Kanada leben, auch in Indien leben oder in Australien leben. Weil es ist ja nicht das Ziel, dass sie sich hier in Deutschland anpassen. Sie sind hier aufgewachsen. Sie sprechen Deutsch. Sie sehen vielleicht nicht Deutsch aus. Darüber können wir reden. Was ist denn nicht Deutsch aussehen? Ich erfülle halt mit meinem Aussehen für einige Leute dieses Bild, dass ich nicht dazu gehöre. Wir können auch darüber diskutieren. Ich lebe seit 23 Jahren in Deutschland. Ich komme aus der Türkei. Und ich komme auch aus solchen Strukturen, patriarchalen Strukturen. Ich habe auch einiges erlebt. Ich musste kämpfen. Ich musste für meine Entwicklung kämpfen. Und ich möchte, dass die Jugendlichen nicht so streng kämpfen müssen. Ich möchte, dass die Jugendlichen weitergehen. Und weil ich auch die sehe und wahrnehme, dass sie sich in mehreren Kulturen bewegen und wie schwierig es für die ist, die Loyalität gegenüber einer bestimmten Kultur zu zeigen. Der Begriff Integration. Ich sehe diesen Begriff einseitig und ich fühle mich auch nicht wohl mit diesem Begriff. Ich glaube, wir sollten sagen, wie können wir zusammenleben. Weil, und das ist dann die Verantwortung von beiden Seiten. Ich habe so oft gehört, dass vielen anders aussehenden Menschen gesagt wurde, du lebst aber in Deutschland und wir haben Grundgesetze, wir haben Gesetze, wir haben unsere Kultur. Du musst dich integrieren. Wenn mir so etwas gesagt wird, dann sage ich hier, weil das ist Zwang. Und ich habe mein Leben lang mich von Zwängen befreien wollen. Ich komme gerne auf dich zu. Ich bin auch gerne bereit, darüber zu reden, was meinerseits dir gegenüber fremd ist. Ich interessiere mich für dich, aber ich möchte das auch von dir sehen. Ich möchte auch von dir gesehen werden. Und ich glaube, das ist menschlich. Und natürlich haben wir Grundgesetze. Also jeder Stadt, in jedem Land gibt es Grundgesetze. Und es gibt in jedem Land Menschen, die sich an Grundgesetzen nicht halten. Das sind ja nicht nur anders aussehende Menschen. Das sind auch viele, viele deutsch-deutsche Menschen, die die Grundgesetze nicht respektieren.